Wenn ich jetzt notwendigerweise von meiner Person spreche, spreche ich von einem Menschen, der Sünder ist und der die Gnade, die Gott ihm geschenkt hat, nicht verdient hat. Und wenn irgendetwas irgendwie Anklang finden sollte, so nach dem Motto, was der Latzel für ein toller Held ist, das vergessen Sie mal gerade. Ich bin nur ein ganz kleines Licht, ein sündiger Mensch und verdiene nicht das, was ich tun darf. Aber ich muss zur Ehre Gottes das auch erzählen, was mir passiert ist in der Ausrichtung.